INSAT-TV Land und Leute sind unsere Stars. In Stockholm sind soeben die Preisträger des Nobelpreises für Physik bekannt gegeben worden. Als einer von drei Preisträgern bekommt der österreichische Quantenphysiker Anton Zeilinger den Nobelpreis, gemeinsam mit dem französischen Physiker Alain Asper und dem amerikanischen Physiker Genev Kloser. Sie bekommen den Preis unter anderem für Pionierarbeiten in der Quanteninformation. Das hat die königlich-schwedische Akademie der Wissenschaften soeben bekannt gegeben. The Royal Swedish Academy of Sciences has this morning decided to award a 2022 Nobelpreis in Physics in equal share to Alain Asper, John F. Kloser, J.F. Kloser & Associates and to Anton Zeilinger, University of Vienna. Der Nobelpreis ist mit knapp 920.000 Euro dotiert.